Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Runde Arno 1800. Ja, ihr seht, die Kohle ist ziemlich an Ende. Ich muss das jetzt auch immer zwischendurch länger laufen lassen, damit wir wieder an Geld kommen. Weil, ja, Schnaps bringe ich gerade hier hin. Hier müssen Steine hin und Kanonen. Weil hier haben wir gar keine Verteidigung, aber können wir auch noch gar nicht bauen. Wir müssen Aufgaben entledigen. Ähm, das läuft. Ähm, hier ist Besucher kein, ne? Hier läuft aber jetzt auch. Seht ihr, aber wir haben nur noch 37 Bauern. Bisschen knapp bemessen, ne? Aber jetzt wieder ausbauen, werden wir wahrscheinlich müssen. Aber, hier läuft erstmal, ne? Hier holen wir gleich. Ähm, hier sind noch fünf Kanonen. Die Waffenruhe wurde beendet. Ja, die kloppen sich da überall. Das läuft hier. Hier habe ich jetzt ein Besuchbarkei hingesetzt. Ne, hier nicht. Ach, hier ist ja auch die andere Stadt, ne? Ähm, hier läuft aber erstmal. Ich bringe, ich bringe jetzt hier Holz hin, weil Holzmangel. Ne? Aber wir haben genug Holz. Der kommt hier gerade an. Habe ich jetzt erstmal rüber geschippt. Ja, normal müssten wir Boote bauen. Aber, ganz ähnlich. Null Tollers. Und der kann es vergessen. Der kriegt jetzt erstmal rum mit Holz. Dann läuft das, ne? Können wir was von hier mitnehmen? Ja, Kanonen müssen wir mitnehmen. So viel ist, ne? Äh, Steine müssen wir auch gleich mitnehmen, ne? Ja, kriegt jetzt Holz, alles klar. Gut, das läuft jetzt auch an. Haben wir hier ordentlich Steine. Ne? Wir haben doch eine Linguine hier, ne? Könnten wir noch Ziegel eben mitnehmen. Dann können wir den nämlich direkt losschicken. Ne, noch nicht. Aber so viel haben wir hier gar nicht. Ja, nehmen wir ein paar mit. Nehmen wir noch einmal mit. Schicken wir den nämlich auch erst hier unten hin. Weil geht gerade nicht anders. So, das haben wir. Irgendwann ist doch hier im Magen. Kloppt ein Mann zu Tode da. Äh. Seife können wir mitnehmen. Immer noch ein bisschen Seife mit. Wer weiß, wofür wir es brauchen, ne? So, dann fliehst du als erstes... ...hier zur Hauptinsel. So, das läuft. Wo hatte ich denn den Besucher Kai hingesetzt? Hier. Genau hier wollte der einen Besucher Kai haben. Äh, das hab ich noch gemacht gehabt. Äh, mit Verteidigung und so. Das läuft. Äh, das ist zwar eine kleine City noch. Die muss Seife hin, ne? Aber läuft erst mal, ne? Also, das ist ja nicht... ...das hier nicht läuft, ne? Ähm... Klar, wir müssen ordentlich reinklotzen. Ich muss auch mal sehen, dass sich die Handelsrufen irgendwie demnächst mal anstöre. Ich seh den kleinen Willi in dir. Ich war mein Gehnapp. Ich muss mal hier nachholen. Ich hab' ich nämlich lange nicht mehr nachgekommen. Fliegen, Fliegen. Okay. Wir müssen bei der auch mal wieder Aufgaben entledigen. Weil sonst sind wir echt den Hintern gekniffen. Äh, das läuft aber erst. Hier waren wir, ne? Also, Hauptinsel. Hat sich auch ein bisschen was geändert. Habt ihr, glaub ich, noch gar nicht gesehen. Ich hatte ja die Items und dies und das. Und hab' schon angefangen, jetzt ein Zoo zu bauen. Und hier so ein... ...so ein Klönterkasten, ne? Aber Zoo haben wir auch. Da ist auch ein Bär drin, ne? Den hatte ich durch die Aufgaben gekriegt. Deswegen haben wir das jetzt gemerkt, dass das hier erstmal so ein bisschen... ...ja... ...besser wird, kann ich ja nicht sagen. Aber die Attraktivität muss ja steigen. Hier ist erstmal so weit in... Ja, Nähmaschinen. Nähmaschinen fangen jetzt an zu produzieren, dass wir da auch hinkommen. Ein nach dem anderen. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? Immer alles korrekt hinkriegen. Müssen wir uns nichts vormachen. Hier, Schnapsproduktion ist am Laufen, ne? Wir haben hier auch noch gar keine Verteidigung, ne? Wir müssen hier uns ein bisschen besser verteidigen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal langsam aufbauen. Wir brauchen Kohle. Ach, hier ist eine Polizeiwache. Stimmt, die musst du hier hinsetzen. Ich will diese Insel nicht zu groß machen. Aber hier ist auch unsere Schnapsproduktion und dies und das. Naja, guck. Schnapp unter Beschuss. Näh, nicht schon wieder. Diese Bierenpflücker, ne? Die gehen mir auf den Zünder. Was liegt denn da rum? Die lacht doch eben was rum, oder? Da, guck mal hier. Sammeln den Schick-Kram hier mal ein. Ich weiß zwar nicht, wem das gehört, aber wir nehmen es mit. Nehmen wir mit. Aber wir brauchen doch noch ein Bild, ne? Hier, treibt gut. Die bergen. Kleinen los. Danke. Oh, wir haben was gekriegt. Das ist ja gut. So, du musst aber jetzt hier hin. Jetzt sind wir, habe ich gesagt, ne? Ja. Neue Befehle, Admiral. Der sollte doch hier hin, ne? Ja. Haltet sie auf kurz. So, das haben wir. Was ist das hier? Rathaus. Oh, ne, das habe ich ja noch gar nicht gebaut. Da warten wir ja noch ein bisschen mit. Wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal die Kohlen wieder hochziekern. Dass wir da auch ein bisschen besser aufgestellt sind, ne? Das ist ganz wichtig. So, dann können wir eigentlich eine Jagd tun, ne? Jagen ist auf dieser Insel erlaubt. Aber hier sind wir noch nicht so aufgestellt, ne? Pelzmädel. Nee. Hospitorn. Das läuft. Was würdest du denn sagen? Nix. Kannst ja nichts anderes sagen. Wie gesagt, ein bisschen hier aufrüsten noch. Aber, ja, eigentlich brauchen wir auch noch Boote, aber. Nee. Nee. Wie läuft er, Admiral? Vielleicht sollten wir hier mal einen Haufen noch hinbauen. Ich glaube, das ist sogar sinniger, wie immer da hinten hin zu juckeln, oder? Kann man das wohl mal? Nein. Glaub mir. Das ist so doof. Aber? Kriegen wir Nähmaschinen? Boah. Guck mal, auf einmal 114 Stück hier. Dann müssen wir die auch mal hin und her fahren. Haben wir noch ein Bildchen wieder? Sag mal. Wo bist du denn? Äh, du bist hier. Was brauchen wir denn hier alles? Äh, nee. Seife muss hier woanders hin. Hier soll. Erstmal ein bisschen Bier hin. Seife muss hier hin, ne? Bier muss hier hin. Und Seife. Alles klar. Äh, das war das Boot, ne? Buffet ist nur hier. So, heiz mal hin. Hier muss die Seife, ne? Bier und Seife. Und Schnaps muss hier auch wieder hin, ne? Ja, das ist zum Mäuse melken. Achso, ich muss ja hier noch auf die Hauptinsel gucken. Hier muss Nähmaschinen hin, ne? Richtig? Ja, ja, ja. Da müssen wir die. Wo ist das denn? Zeig mal an hier. Ah, hier ist der hin. Das ist mir aber egal. Neue Befehle. Ähm, hier hin. Geh grad zurück, ne? Sagt ich falsch? Bauscht... Ne, ist die richtige Insel eigentlich? Dann fährst du mir nämlich wieder zurück. Okay. Ähm, stopp. Hier musste Seife und Bier hin. Alles klar. Okay. So, irgendwie brauchte ich die doch gerade... Nähmaschinen sollst du einladen. Gut, das bringst du nämlich... Auf die alte Dame ist Verlass. Hier zur Hauptinsel. Richtig? War doch so, ne? Äh, 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 ich glaub wohl. Da. Segel setzen! Gut. Das läuft erst mal. Ne, läuft. Hier müssen Name-Maschinen hin, ne? Rum... Wie, ist schon rum hingeliefert? Ne, ne, der ist auf der anderen Insel noch, ne? Sonst... Schwierig. Obwohl... Wir müssen Bauern dazu bauen, ne? Komm, dann machen wir das jetzt erst, bevor das hier wieder alles in die Hose geht, du. Nein, ja, weiß nicht. Man muss euch mal was hier... Aber letztendlich schlafen. W Brauch, zum Spaß mehr. Ja, ne, der Baum schlafen. Wir müssen mal etwas hervor. Also sehen uns doch consec습. Als wenn die R bestest, und dann samm gallons auf dem framemalacia und siihen. so dann können sie sich jetzt mal wieder da aufklümpeln das ist glaube ich ganz sinnig er hat kein geld für obwohl das ja ganz sinnig wäre aber wir haben im moment echt keine kohle wie wartet er jetzt erst mal die kommen auch nicht an den marktplatz dran das sind du ja dürfte da musst du auch immer aufpassen wie ein luchs nee wollen wir jetzt nicht machen wir müssen eben hier nur mal gucken hier läuft wir müssen die bononen hinpflanzen ich wusste doch einfach vergessen fischöl haben wir doch vorsicht treffe macht ihr deine prozidenz schuhe aber das finde ich kann ja schon da glauben wir wie schön haben wir doch hier ein bisschen hier so warte mal das haben wir doch ne das ist doch da müssen wir jetzt hier ins schlüssel kommen ich habe nur nicht aufgepasst gehabt das ist das problem so benommen werden produziert ja guck mal das läuft dann können die hier hin die fehlen nur vorne das ist nicht meine schulde ja komm kollega kein problem das haben wir wir gucken hier eben noch was machst du denn hier neue ziele zucker kann man nicht zucker hier aus zuckerrohren das geht hier aber nicht das geht hier aber nicht ne bleib mal hier stehen hier fahren ja nie wieder guck 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 das läuft doch hier wo uns das läuft du kannst es doch noch heffe volles lager volles lager volles lager alles von mir ja ok ähm wir gucken eben hier hin sind die gut zufrieden hier sind wir auch schon zu wenig eigentlich ne die arbeitskräfte gehen uns aber aus das ist nicht so schön von mir aus freigegeben ich will ja jetzt hier auch nicht immer da so weit weg ich würde sagen wir ziehen hier mal einen Weg lang bis hier setzen erstmal hier Häuser hin das ist das hier wieder gut hingekriegt danke äh da können wir noch einen hier einen erstmal hier ok wir sollten schon aufpassen dass sonst nicht hier alles ausgeht dann haben die nämlich erstmal hier wieder ein paar mehr ich glaube das war nötig ja 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 oh hier muss arbeitskleidung hin kriegen wir aber auch noch hin so wir müssen erstmal wieder hier in die alte welt wir hätten noch hier unsere bultgesern stüssel ne was machst du heute so oh hauptinsel das ist gut du musst nämlich hier in der maschine ausloben so das haben wir ähm bleib du mal eben hier stehen ne du kannst schnapps holen vorne oder das ist wieder was mitnehmen halten wir ihm unten lass uns erstmal was was ist hier los was ist hier los ohne aufgurbel so mit ihm machen bevor ich davon einen trinken gehe holen sie ein geschenk das ist ja einfach das ist ja einfach danke ach sie sind viel zu gut sonst oh kein Ding so das haben wir ich wollte was gucken ne also ich wollte schnapps holen aber ich wollte gucken was wir da noch proben brauchen wir hier irgendwas Arbeitskleidung müssten wir mal mitnehmen ne das wäre echt schön aber ich glaube da haben wir hier von hier genug nicht schickern haben wir hier genug Arbeitskleidung bevor wir hier erst hier hin Kurs gesetzt hier ist genug Arbeitskleidung können wir ein paar Kanonen mitnehmen ein paar Ziegel dann läuft der Laden nämlich hier auch wieder dahinten Am Monatsende bleibt noch was über wollte ich zwar auch nicht aber ist ja egal oh ich hab den aus Versehen da aufgerüstet hier ist das ganz sinnig weil hier ist die Insel mit den ganzen was fehlt denn hier schon ich sag nicht ihr habt das ganze Holz schon wieder durchgepullert ich hab den noch Holz da ich hab den noch Holz da ich glaube ja ich weiß aber ich glaube es ist es sinnvoller hier noch so runter ich kann mir keinen zu setzen ich hab den noch fixe hab den noch nicht ja ne das läuft die LC alle unter einem der was ist das denn Wir brauchen ja Holz hier. Nee, ne? Wir raten ja, Pils. Die gehen ja auf den Zünder. Immer machen die alles hier. Gleich zwei. Der kommt nie durch. Wir brauchen so einen Reparaturkragen, glaube ich. Der soll ja in die... Der fällt, glaube ich, in die neue Welt, ne? Oh, hier ist der... Man kann es nicht anders bezeichnen. Ach, jetzt geht das los? Nee, das DLC will ich doch noch gar nicht. Können wir hier mal parken? Mir wird unangenehm warm unter dem Kragen. Nee, da fahren wir jetzt nicht hin. Wir machen jetzt keinen Schluss. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erst mal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.